Hallo und herzlich willkommen zum Türchen 17 des Orca Brau & Friends Bieradventskalenders. Ich bin der Matthias von Guckenbräu aus Südtirol und ich darf heute dieses leckere Bierchen hier vorstellen, nämlich das Gipfeltreffen. Und wieso darf ich das vorstellen? Also dieses Bier haben wir zusammengebraut bei Hoppebräu mit Hoppebräu, Oca Brau und dem lieben Bierdoktor. Und es ist ein besonderes Bier mit fränchischer Landgerste, mit unserem Gentil Rosso Weizenmalz, das wir natürlich wie alle Zutaten, die wir verwenden, selber anbauen bei uns am Hof in Südtirol. Und die geniale Hoppe Weißbierhefe haben wir verwendet, Hallertauer Kalista für ein schön fruchtiges Hopfenaroma. Probieren wir es mal. Also das Etikett ist ja auch schon Bombe. Also wunderschön. Wie auch das Bier im Glas. Und natürlich brauchen wir hier ein Weißbierglas. Dieses hier habe ich vom Alois vom Unertel Geschenk bekommen. Ein wunderbares, schönes Weißbierglas. Wie auch die Biere von Unertel. Wunderbare Weißbier. So. Gut. Zum Wohle. Also ein dunkles Weißbier. Wie man sieht. Mit 6,1 Prozent. Alkohol. 14 Gradplatte Stammwürze. Ein herrlich herbstliches und auch winterliches Weizenbier. Kräftige Malzaromatik. Also man schmeckt diese Rustikalität der Malzsorten, die wir verwendet haben. Schön samtig. Weich. Und eine wunderbare Hefearomatik. Super süffig. Im Abgang spürt man dann leicht diese Fruchtigkeit des Kalista-Aroma-Hopfens. Also wunderbar gelungen. Liebe Grüße an Markus von Hoppebräu, den ganzen Orcas und natürlich unserem lieben Freund, dem Bierdoktor. Und allen, die den Bieradventskalender zu Hause bei sich haben, die können sich wirklich glücklich schätzen, eine solch tolle Bierauswahl zu besitzen. Ich wünsche allen da draußen eine schöne Adventszeit, eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Prost zum Wohle.